So, hallo zusammen, ich bin es mal wieder und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tobi Quasselt. Puh, die Vögel nerven mich gerade ziemlich, aber ich versuche es zu ignorieren, dann werden sie auch wieder ruhiger. Ich hoffe, ihr hört es auch nicht so. Ich möchte mit euch über die Inauguration sprechen. Das heißt, über die Herbeiführung einer neuen Präsidentschaft in den USA. Ihr wisst ja, dass ich in der letzten Ausgabe von Tobi Quasselt vor allem über so ein bisschen meine Bedenken gesprochen habe, weil ich einfach diese Anspannung und auch irgendwie so ein bisschen diese Gefahr und dieses Gefahrenpotenzial eben selbst gespürt habe. Ich habe gedacht, oh, in diesen 14 Tagen kann so viel passieren. Gott sei Dank ist es ausgeblieben, weil diese Anspannung war von dem ersten Tag, wenn man so möchte, also nach dem 6. Januar bis hin zur eigentlichen Inauguration am 20. Januar, irgendwie war diese Anspannung die ganze Zeit zu spüren. Es war so ein ganz beschwerendes, ganz schwierig beschreibbares Gefühl, finde ich. Also es hat sich so angefühlt, als wäre so ein Damokless über allem, über der gesamten Welt und vor allem über der US-Demokratie. In diesen Tagen spricht man ja gerne davon, the democracy has prevailed, hat Joe Biden selbst gesagt. Also die Demokratie war letztlich siegreich. Aber man darf nicht vergessen, dass oft dieser Demokratiebegriff und es wird ja oft eben auch, naja, eher so ein bisschen pathetisch und ein bisschen zu sehr US-politisch eben ausgelegt. Aber in dieser Form und in diesen Tagen in den letzten Wochen, wenn man so möchte, war es wirklich so. Nicht das politische System, also sprich, wie viele Republikaner jetzt wofür stimmen oder wie viele demokratische Senatoren sich jetzt mit anderen Senatoren irgendwie übereinander geworfen haben oder wo es da Stress gibt und wo es verschiedene Auffassungen gibt. Nein, es ging durch die Ereignisse des 6. Januars, es ging letztlich um eines, um die Demokratie. Es ging um das Selbstverständnis der USA als ein sehr demokratisches Staat in der Welt. Sie sprechen ja immer von der Stärksten, von der Superdemokratie zum Beispiel. Und dieses Selbstverständnis, das stand extrem auf dem Sprüfstand. Und oft wurde ja immer davon Terroristen gesprochen, die so 9-11-mäßig, die von außen kommen und den Staat von außen angreifen. Also die Al-Qaida irgendwo aus Saudi-Arabien oder was für anderen Ländern letztlich oder auch Afghanistan. Aber diesmal hat sich dieses Gefühl ergeben, Leute, das sind wir. Das ist unsere Bevölkerung. Das sind teilweise unsere Soldaten. Das sind unsere, was weiß ich, teilweise ja Sportler und was auch immer früher gewesen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Verbindung aus, sag ich mal, sehr seltsam denkenden Menschen, sondern eben auch extrem gewaltsamen und teilweise eben auch rechtsextremistischen Personen. Und diese Gefahr, diese Anspannung, die habe ich tagelang gespürt. Ich habe immer wieder bei Instagram, bei CNN wollte ich sagen, reingeschaut und habe immer wieder gedacht, oh, ja, der Tag, der rückt ja immer näher, ob da jetzt noch was passiert. Natürlich, irgendwann blendet man das auch so ein bisschen aus und man denkt, ja, komm, ist noch Zeit bis zur Inauguration. Aber trotzdem, dieses Damoklesschwert, das habe ich da förmlich gesehen. Das hing über dem Kapitol und über dem Weißen Haus. Ich war mir sicher, es kann was passieren und vielleicht sogar wird etwas passieren. Und dann kam der Tag der Inauguration, also am 20. Januar und also am Mittwoch dieser Woche. Ich dachte mir so, okay, also wenn was passiert, da muss jetzt langsam in den nächsten Stunden was passieren. Weil sonst ist Joe Biden der nächste Präsident, der 46. Präsident der USA. Also wenn ihr was machen wollt, ihr komplett durchgeknallten, teilweise rechtsextremistischen, querdenkenden, Vollidioten, dann muss es jetzt passieren. Das FBI hat ja auch lange eben von dieser Gefahrenlage, von dieser bedrohlichen Lage eben gesprochen. Und das war kein so, ja, wir müssen den Medien das so ein bisschen so verklickern, damit das auch so rüberkommt. Nein, es war eine wahre, eine echte, eine wahrhaftige Gefahrenlage innerhalb der USA. Und für mich wurde die Person Joe Biden in dem Sinn immer bedeutsamer. Und damit zeitgleich eigentlich auch die Figur eines Donald Trump immer unwichtiger. Dieser Donald Trump, als der am Ende noch versucht, irgendwie auf diesem Militärflughafen noch kurz eine Rede abzuhalten, weil er in dem Sinn ja nicht es für nötig hält, irgendeine Inauguration selbst teilzunehmen, obwohl das eigentlich schon immer bis auf wenige Ausnahmen einfach noch einmal zum Selbstverständnis des demokratischen Systems dazugehört hat. Das war mir irgendwann egal. Dieser Mann hat mir für mich auch überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Ich habe einfach eher dieses, das kommt auf uns zu. Wenn man so möchte, ich habe eher das Helle gesehen, als dass man sich jetzt schon wieder mit der Vergangenheit eben beschäftigen muss. Und ich glaube, in den letzten Tagen hat auch Donald Trump verstanden, die Leute interessieren sich nicht mehr für dich. Natürlich werden sie über dich reden, wenn es um das Impeachment-Verfahren geht. Natürlich wird man darüber sprechen, wen wird er denn jetzt zum Beispiel eben noch begnadigen. Welche Person sucht er sich raus? Begnadigt er sich vielleicht sogar selbst? Auf der anderen Seite habe ich bei CNN eben auch gut rausgehört, dass es immer Federal Law ist. Es ist immer eine Bundesebene. Es geht um gesetzliche Verfahren oder auch Vergehen auf Bundesebene. Aber die meisten Verfahren, die jetzt ihm in diesem Entgegenstehen in der nächsten Zeit, nächsten Wochen, nächsten Monaten, nächsten Jahren, finden vor allem eben auf Staatsebene statt. Das heißt eben zum Beispiel New York als Staat oder eben auch Washington DC. Das heißt, auch dort hätte er sich nicht so, was diesen Bereich anbelangt, hätte er sich nicht so einfach eben freisprechen können. Natürlich war die Begnadigung von Stephen Bannon immer nochmal, das war so der letzte große Moment, den er nochmal hatte. Da konnten die Medien nochmal drüber, ja schon fast, wenn man so will, sich nochmal drauf stürzen. Ohne dass ich das jetzt komplett despektierlich meine. Aber natürlich, Stephen Bannon war derjenige, der 2016 unter anderem die Rede eben geschrieben hat, die eben bei der Inauguration von Donald Trump damals stattgefunden hat, als 2017. Das heißt, das war die Rede, dass er aufräumen will, dass er halt den, ja so ein bisschen den Schmutz beseitigen möchte in Washington. Er will da einfach mal komplett durchwischen, wenn man so möchte. Und Stephen Bannon hat eben genau diesen sehr, sehr radikalen Kurs eben nicht nur vorgeschlagen, sondern teilweise eben durchexerziert. Dann haben die sich eben über Jahre dann eben nicht mehr verstanden und dass er sich jetzt nochmal Stephen Bannon rausgesucht hat zur Begnadigung, passt halt zu Donald Trump wie nichts anderes. Aber dieser Podcast, diese Ausgabe geht nicht über Donald Trump. Dieser Mann ist für mich Geschichte. Ich möchte über den auch nicht mehr groß reden. Man wird nochmal viel von ihm hören. Aber man darf auch nicht vergessen, dieser Mann ist jetzt Mitte 70. 2024 noch lange hin. Wenn er das zweite Mal ein Impeachment-Verfahren gegen sich hat und das Impeachment-Verfahren diesmal wirklich stattfindet, dann wird er keine Ämter mehr auf politischer Ebene innerhalb der USA einnehmen können. Und dann ist er de facto politisch für immer gegessen. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, Donald Trump hat einfach diesen Einfluss auf die republikanische Partei. Selbst wenn jetzt ein McConnell sagt, so als Motto, ja, aber ich zum Beispiel stimme eben dann für das Impeachment, was ich nur nicht ganz glaube, sagen wir mal, er würde es machen als noch oder jetzt Minderheitsführer, damals eben Mehrheitsführer im Senat, dann ändert das aber nicht allzu viel. Denn der Einfluss von Donald Trump war ja nicht nur im Senat oder im Kongress, sondern es war eher dieser Einfluss auf die einfachen Menschen. Auf diejenigen, die zu über 70 Millionen in dem Sinne für ihn gestimmt haben, jetzt bei der Wahl. Und diesen Einfluss hat er noch. Er kann in dem Sinne halt sagen, selbst sagen wir mal, er würde irgendwann nicht mehr zu der Partei gehören, aber er könnte immer noch den Senatoren oder teilweise eben auch den Gouverneuren teilweise, die sich vielleicht eben fürs Gouverneursamt eben, ja, in Stellung bringen wollen, könnte er halt drohen. Und sagt Motto, ja, ich habe immer noch meine Leute und ich kann die immer noch aufwiegeln. Aber dadurch, dass er auf Twitter nicht mehr vorhanden ist, dass er auf YouTube gerade nicht mehr wirklich vorhanden ist, dieser Mann findet in den Medien nicht mehr so statt, weil nicht jeder Tweet zählt. Und dies ist so ein unglaublich befreiendes Gefühl. So blöd das klingt und ich habe es so wirklich jetzt mehrmals gehört, nicht nur bei CNN, sondern auch bei Phoenix und bei anderen Sendern. Die Journalisten mussten ja förmlich jeden Morgen schauen, ob er wieder einen neuen Tweet rausgehauen hat. Teilweise wussten ja einige Minister nicht mal, ob sie überhaupt noch im Amt sind. Er hat ja so oft seine Minister auch getauscht. Aber noch einmal, dieser Mann ist für mich erst einmal, wenn jetzt nicht große Sachen passieren, erst einmal dahin. Das war's mit Donald Trump. Meiner hat er keine rosige Zukunft vor sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens verurteilt wird, wird extrem groß ausfallen. Und es geht hier auch darum, dass es auch wirklich auch ums Finanzielle geht. Dieser Mann hat unglaubliche Schulden. Also das wird für ihn kein rosiges Leben werden. Und was ich am despektierlichsten fand, war jetzt eben vor allem, kurz davor hat ja Joe Biden nochmal diese 400.000 Corona-Tote angesprochen, dass er halt seinen Anhängern, die ihm, wenn man so möchte, in der letzten Situation nochmal irgendwie zugewunken haben und nochmal zugeschrieben haben, so wirklich zugejubelt haben, hat er nochmal gesagt, irgendwie führt ein schönes Leben oder so. Have a nice daylife oder irgendwie sowas. Wo ich auch gedacht habe, Alter, das ist das absolut Bescheuertste, was du gerade sagen kannst. Habt ein tolles Leben. Ja, wenn man über 400.000 Menschen spricht, die durch Corona gestorben sind, die er unter anderem, also diese Gefahr hat er, vielleicht möchte man sagen, einfach nur unterschätzt, vielleicht kann man auch einfach sagen, er hat sie einfach ausblenden wollen, weil er seine eigene, ähm, ja, Glaubwürdigkeit und vielleicht sogar auch seine eigene Stärke eben hier bedroht sah. Aber letztlich geht es darum, er ist einer der Hauptverantwortlichen, wenn nicht der Hauptverantwortliche, der auch, ähm, dafür gesorgt hat, dass eben dieser Coronavirus noch so viel schlimmer wüten konnte innerhalb der USA, auch wenn es jetzt auch in Deutschland und auch in anderen europäischen Staaten oder auch in anderen Staaten der Welt eben ähnlich schwierig aushält. Und dann halt von einem schönen, macht euch noch ein schönes Leben irgendwie zu sprechen, fand ich unglaublich nicht nur fehlern Platz, sondern einfach schon fast zynisch. Natürlich hat er sich wieder selbst gelobt und dass die Regierung, die jetzt kommt, die hat ja in der Sinne eh nichts schwieriges vor sich. Nein, überhaupt nicht. Joe Biden hat ein super einfaches Leben vor sich. Er hat nur tausende Ecken, wo es einfach nur brodelt innerhalb der Partei mit den Republikanern. Dann ist die Frage, was ist mit den Trumpisten, wenn man so will? Was ist mit der Innenpolitik, mit der Außenpolitik? Was ist mit dem Gesundheitszustand? Was ist mit dem Gesundheitssystem? Was ist mit der wirtschaftlichen Lage? Also dieser Mann steht vor einem Scherbenhaufen, auch vor allem aufgrund, aufgrund von Corona. Und ja, jetzt nach dem Motto zu sagen, jo, wird ja gut werden, weil ich habe ja dafür gesorgt, ich habe ja die Basen in dem Sinne aufgebaut, ist halt typisch Donald Trump-like. Aber gut, nun soll es also um die Inauguration gehen und um diesen Moment möchte ich, darum möchte ich euch, oder das möchte ich euch berichten, darüber möchte ich in dem Sinne sprechen, als ich gemerkt habe, alter, da passiert heute nicht mehr so viel. Egal, was passiert, die Vereidigung wird stattfinden. Selbst wenn es irgendwo zum Anschlag kommt, die können das nicht mal verhindern. Donald Trump hat alles versucht, aber diesen Moment der Vereidigung, den kann er nicht mal verhindern. Und ab diesem Moment habe ich gerade, Man konnte einfach mal durchatmen. Und dieses Durchatmen, das habe ich gerade in den nächsten Tagen auch oft in Medien gehört. Viele Journalisten haben förmlich davon gesprochen, wie sie durchatmen konnten. Wie dieses Gefühl der Anspannung in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren einfach einmal nachgelassen hat. Dieses, vielleicht kommen wir wieder zurück zu einem politischen Stil, der diesem Amt, diesem Präsidentenamt, diesem White House, dem Kongress, dass das einfach alles wieder mehr dem entsprechen kann, wie es mal war. Natürlich sind auch Präsidenten wie Barack Obama und gerade George W. Bush nicht immer die besten Vorbilder. Aber es ist alles auch unter George W. Bush, den ich extrem damals schon fast verachtet habe. Aufgrund seines Irakkriegs. Aber gerade in den letzten Jahren, der hat sich sehr in dem Sinne in eine Richtung orientiert, die sehr konträr eigentlich gegenüber der Politik und vor allem dem Mindset von Donald Trump, in dem es entgegensteht. Das darf man nicht vergessen. Das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und dass halt ein George W. Bush zusammen mit einem Barack Obama eben, dass die direkt in dem Sinne bei der Vereidigung nicht nur dabei waren, sondern auch gefühlt hier irgendwie dabei geholfen haben. Das hatte ein so wichtiges und extrem zentrales Gefühl, hat das mit sich gebracht. Und dass auch ein, ähm, auch selbst die Tochter von, ähm, von Donald Trump, dass die da war, auch wenn man sie nicht so gesehen hat. Aber auch das ist ein wichtiges Zeichen. Ob er es möchte oder nicht, Donald Trumps Zeit ist vorbei. Auf politischer Ebene, entweder wird das Impeachment-Verfahren dafür sorgen, wenn es durchgeht, oder es wird sich einfach im Laufe der Zeit so entwickeln. Ich glaube, dass viele Trumpisten, wenn man von den ganz Radikalen mal absieht, von den, von der White Supremacy, die sich so, ähm, als so verstehen, ich glaube, viele merken einfach, alter, der Trump ist weg. Er hat auch keine Möglichkeit mehr, mit uns groß irgendwie zu kommunizieren. Von mir aus noch über Parler, aber auch da wird es schwierig. Über Telegram vielleicht bald noch. Aber dieses Sprachrohr ist weg. Dieser Mann spielt langsam, also sicher keine Rolle mehr. Und wir müssen uns vielleicht darüber doch mal Gedanken machen, ob wir uns vielleicht doch mal auch mit anderen Themen und vielleicht einer anderen politischen Richtung eben befassen. Und als ich das gespürt habe, förmlich, das ist etwas, was man nicht als, als Politikwissenschaftler soll man natürlich immer sehr objektiv sein und eben auch vieles auch analytisch betrachten. Natürlich eben auch, ähm, mit der Basis oder mit den Hilfsmitteln eben der, ähm, der Theorien, aber, oder der theoretischen, ähm, des theoretischen Verständnisses. Aber als bloßer Betrachter, als jemand, der sich das gerade einfach anschaut, hat es so gut getan. Es hat so gut getan, auch wenn sie nicht immer den Abstand eingehalten haben, auch wenn die Masken nicht immer, ähm, es waren nicht immer FFP2-Masken, es waren teilweise einfache Stoffmasken, die waren teilweise nicht immer über der Nase. Also auch da kann man natürlich auch wieder mit dem, ähm, Zeigefinger ankommen und sagen, ja, guck mal da, Joe Biden fängt ja jetzt schon gut an irgendwie. Du sprichst von, das und das machen wir gegen, ähm, Corona, damit Corona in dem Sinne abnimmt und doch verläuft es dann doch anders. Aber sind wir mal ehrlich, das kann man nicht vergleichen mit dem, mit dem Rosengarten damals, als Donald Trump gefühlt einfach, keine Ahnung, da gab es keinen Abstand. Da gab es überhaupt nicht, überhaupt die Überlegung irgendwie, dass Corona gerade sich innerhalb des Weißen Hauses oder innerhalb des Garten des Weißen Hauses befindet. Das hatte, das war dieses Gefühl oder dieses Verständnis oder diese, allein diese Vorstellung war für Donald Trump sowas wie eine Majestätsbeleidigung. Ich glaube wirklich, dass der auch teilweise gedacht hat, also dieser, dieser, dieser Corona-Virus, der kann mir nix anhaben. Ich bin Donald Trump, mir kann er nix anhaben. Aber all das, also, die, die Inauguration, die war einfach, die hat sich so wohltuend, Alter, ich muss noch was trinken, die hat sich so wohltuend einfach angefühlt. Die hat sich so nach einer absoluten Befreiung angefühlt. Nach einem Moment der, des Innehaltens und vor allem auch die Schweigeminute noch einmal, Joe Biden hat nicht nur in seiner Rede, die ich ziemlich gut fand, auch wenn sie teilweise sehr religiös, ja, sie war schon sehr religiös aufgebaut, muss man sagen, und hier ist auch schon eine gewisse Agenda eben verfolgt worden, ohne dass ich das jetzt zu kritisch sehen möchte, aber diese Schweigeminute eben hat nochmal gezeigt, dass, was jetzt hier gerade durch die Vereidigung beginnt, so blöd das klingt und so traurig ich es sich auch anhören mag, das ist kein Moment der Freude. Es ist eher ein Moment der Rolle, ein Moment des Respekts gegenüber des Amtes vielleicht, gegenüber des Präsidentenamtes, aber vielleicht auch einfach ein Moment der Realität, der Realisierung, was da in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren passiert ist und wie es einfach teilweise so krass werden konnte und wie es hoffentlich jetzt so ein bisschen eben an Kraft abnehmen wird. Von daher, es hat gut getan. Natürlich fand ich auch die musikalische Leistung von Lady Gaga extrem gut, ich fand aber vor allem auch Jennifer Lopez extrem gut, ich fand auch schön, wie sie so eine Art digitale Parade eben haben, versucht eben ablaufen zu lassen, so nach dem Motto, ja, aufgrund von Corona und eben auch der Sicherheitslage ist das eben gerade eh nicht möglich. Von daher nehmen wir einfach diese Einspieler, meistens von irgendwelchen Jugendlichen oder jüngeren Erwachsenen, die irgendwas dann eben auf die Beine gestellt haben. Das war auch ein sehr, war auch einfach irgendwie, hat sich auch so lebensbejahend und so positiv angefühlt. Generell war dieser 20. Januar 2021 für mich der Ausdruck, wirklich der Ausdruck eines ist, die USA setzt jetzt das Ganze etwas zurück. Wir nutzen so ein bisschen den Reset-Knopf und wir versuchen, nicht, dass wir es ausblenden, nicht, dass wir es vergessen, nicht, dass wir es wieder runterspielen, weil wir versuchen, das Ganze eben etwas nüchterner zu betrachten, ein bisschen dieses Temperament, teilweise diese Aggressivität rauszunehmen und uns auf, und das sagt ja Joe Biden immer wieder, auf die Stärken der USA in dem Sinne halt konzentrieren. Nämlich, wenn man gemeinsam an einer Problemlösung, ja, Problemlösung, einem gemeinsamen Vorgehen eben interessiert ist. Und ich glaube auch, dass für die Republikanische Partei, für die GOP, für die Grand Old Party, dieser, ähm, dieses, ja, diese Erkenntnis extrem relevant sein wird. Sie können weiterhin teilweise diese, ja, dieses irgendwie, wie sagt es der Winner, immer irgendwie dieses Nein-Schild irgendwie hochhalten und gegen alles sein, was die Demokraten oder auch jetzt die neue, ähm, Administration eben vorschlagen wird. Aber ich weiß nicht, ob es ihnen letztlich helfen wird. Donald Trump, und das habe ich in einem sehr, sehr guten, ähm, in der Phoenix-Runde gehört, die ich sehr, sehr positiv erachtet habe, fand ich ganz gut. Da wurde nochmal gesagt, Donald Trump war in dem Sinne kein, das war kein Zufall. Das war auch kein Unfall. Das war letztlich das Ergebnis eines über Jahre entstandenen neuen politischen Verständnisses, vielleicht sogar einer politischen Abkehr, einer Abkehr von Washington, von, von der Demokratie vielleicht sogar. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch in Deutschland, auch in Europa, es gibt genug Strömungen, die nicht nur aufgrund wegen Corona, also wegen der Corona-Situation aktuell, aber auch schon davor, die versuchen, sich mindestens von dem demokratischen System ein bisschen zu entfernen und oft dann eben auch ein anderes demokratisches, nee, sind wir ehrlich, kein demokratisches, sondern ein autoritäres System eben eher präferieren. Und diese Inauguration, auch wenn sie teilweise sich so ein bisschen eben anders angefühlt hat, es wäre alles ohne Corona eben schöner gewesen, aber es hat sich wie eine Befreiung angefühlt. Und ich wünsche Joe Biden ganz viel Gesundheit, ich sehe immer noch auch sein Alter, ich sehe einfach die Belastung, die auf ihn zukommt, trotzdem glaube ich, dass nicht nur er selbst, sondern eben all seine Mitarbeiter, seine kommenden oder jetzt schon aktuellen Mitarbeiter, dass eine Kamala Harris, die wissen, was es bedeutet, wenn diese Aufgaben einfach vielleicht irgendwann zu groß werden, zu zu viel Arbeit eben oder auch zu viel, so blitzes klingt, auch zu viel Leben bedeuten, dass die da irgendwann dann eben dadurch ein bisschen zugrunde gehen und ein Joe Biden ist nun mal wirklich jetzt auch schon wirklich alt und das ist eine unglaubliche Belastung, die vor ihm liegt und selbst wenn er halt aufgrund von Corona jetzt keine großen Reisen oder so unternehmen wird, aber das ist Wahnsinn, was da vor ihm liegt. Aber ich glaube, dass es das Richtige war, Joe Biden soll aktuell nicht als der demokratische Präsident aktiv werden, sondern als der US-Präsident und das, was er gesagt hat, dass er für alle Amerikaner, für alle, die in dem Sinne ihn auch vielleicht nicht gewählt haben, trotzdem für alle da sein möchte, das nehme ich ihm ab. Natürlich ist das auch in gewisser Weise das Konzept des Wahlkampfs gewesen. Er musste sich ja als der klare Gegenkandidat zu Donald Trump eben auch profilieren, aber ich glaube, im Inneren werden glaube ich die meisten Menschen schon verstanden haben, zumindest dieser Gedanke, der Versuch, dass man diesen Reset-Knopf drückt, der steht im Vordergrund. Es geht letztlich um die Demokratie und um die USA an sich. Es geht nicht um die Parteipräferenzen, es geht nicht darum, wer welchen Posten bekommt. Natürlich kann man das nicht verhindern, aber Stand jetzt ist, da bin ich mir ziemlich sicher, wird es erstmal so sein, ist das Wichtigste, die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Verbindung mit der wirtschaftlichen und gesundheitlichen Lage der USA. Das sind diese drei Pfeiler, die ja auch miteinander verknüpft sind, miteinander verwogen sind, aber ich glaube, diese drei Pfeiler, um die geht es und die stehen im Vordergrund und kein Joe Biden, auch kein Donald Trump, keine Kamala Harris, kein McConnell, gar keiner steht hier im Vordergrund. Es geht einzig und allein um das Gemeinwohl. Das ist ein Begriff, den ich im Studium auch des Öfteren auch gelernt habe. Der wird natürlich oft auch schlecht konnotiert, muss man ehrlich sein. Gemeinwohl ist auch oft sowas, das hört sich schon fast so sozialistisch an, was ja in den USA nie gut ankommt. Da geht es ja eher um das Individuum und dann kommt erst dieser Gemeinschaftsgedanke einer Gesellschaft oder eines gesellschaftlichen Systems. Aber in diesem Zusammenhang würde ich sagen, die Inauguration im Jahr 2021 war, ja, oder hat sich aus fünf Aspekten in dem Sinne charakterisiert. Einmal dieses Gefühl der Befreiung, zweitens das Gefühl des Durchatmens, drittens das Gefühl des Reset-Knopfes, Viertens das Gefühl der wir nehmen uns selbst nicht zu ernst, wir sehen nicht unseren eigenen ähm unsere eigenen Präferenzen als das Haupt, sondern wir schrauben alles in dem Sinne erstmal zurück, wir in dem Sinne unterstellen uns dem größeren Ziel und fünftens eines hoffentlich was die Demokratie als politisches System anbelangt als eine ein Gefühl der Wiedererstärkung des des Größerwerdens des wir wissen was wir fast verloren hätten und wir haben es geschafft das the democracy has prevailed so habe ich es empfunden und ich bin sehr gespannt was die Zukunft bringen wird ich denke mal wenn es wieder neue ähm ja neue Momente gibt neue Situationen einfach neue Gefühlslagen wie auch immer ich finde so ein Podcast ist schlecht also ich zumindest möchte ihn nicht analytisch halten ich möchte ihn nicht nur objektiv halten ich möchte ihn vor allem Tobias Quassel halten also sprich subjektiv da möchte ich vor allem über meine Gedanken Gefühle und letztlich eben auch über meine vielleicht sogar auch kritischen Sichtweisen eben ein bisschen eben drüber sprechen macht es gut bis zum nächsten Video beziehungsweise nächsten Podcast Ausgabe